Irgendwo hier müsste sie sein. Irgendwo hier. Ist das das? Ich denke nicht. Dürft aber jetzt über sein, so ungefähr. Machen wir jetzt die Irene an. Luftbremse rein. Dann suchen wir mal nach der Panzerwahl. Theoretisch ist sie genau unter uns. Da ist sie! Gefunden! Werfen, wir machen die Bomben an. Klick. Wir werfen mal unsere... Äußeren ab. Der habe ich auch einen abgeworfen. Zwei habe ich noch. orage andear. Und hier fährt man fährt. Es geht um jeden Fall. Der wird mit den daumen. Der wird mit до 8 u. Und jetzt weren´t die los. Der wird mit den daumen. Und bei der der Leiter. Ich denke, ich werfe es auf die Bunkerei da vorne drauf. Los gehts! Bunkerei, hier. Luftbremsen da. Und tauchen, tauchen, tauchen. Abwerfen und wieder raus. Okay. Luftbremse raus. Sirene aus. Boom. Wir haben einen Dachat getroffen. 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 Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir kommen runter. Und wir bremsen. Wir bremsen runter. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das sind die Kameraden. Das sind die Kameraden. Okay. Das sind die Kameraden. Das sind die Kameraden. Das sind die Kameraden. Das sind die Kameraden.